Schmerzt Asthma krank. Alter, was ist los? Irgendwie rennen wir direkt zum Krieg hin. Schlimm. War doch Spieler da. Ja, da ist ein Spieler auf jeden Fall. Aber hier in der Hütte sind auch noch mal welche. Er müsste tot sein, glaub ich. Er springt ja mal über diesen verfickten Zaun, alter dieser Assi. Du hast einen umgenleadert. Nein, ich wurde umgenleadert. Was häng ich denn hier? Scheiße. Schmerzt Asthma krank. Ja, ich bin auch richtig aufmerksam. Da ist weiterer Scheißdreck gegen dich. Aber ich hab einfach auf den Kopf und der hat mich einfach weiter genommen. Der hatte ihn gar nicht gehört. Steht hatte er ein paar Mal und nix. Ich stand auch direkt neben ihm, hab ihn an den Schill geschossen. Weil Körpertreffer haben ihn irgendwie nicht interessiert. Ne. Ja, 57 Leben, da sollte ich schaffen. Komm mit, mein behinderter Freund. Wenn du das sehen könntest, Junge. Ein Bild für die Götter, Junge. Alter, was ist los? Ey, bist du verreckt? Ach ja. Scheiße. Ich hab keine Ahnung warum. Mist. Ich geh mal pinkeln. Bis gleich. Bis gleich. Weißt du, wo der Ausgang ist, ne? Ja. Ich beklau dich in der Zeit. Ich hör dich schon wieder nicht hinter mir laufen. Ich musste noch kurz Aufnahmen pflücken. Oh. Irgendwie rennen wir direkt zum Krieg hin. Da ist schon einer. Ja. Warte, neulich schießen. Hast du den Visier? Ne, ich seh ihn nicht. Lass mal langsam hin. Immer ein bisschen Deckung achten. Ich versuche ihm gleich den Kopf loszugeben. Nämlich den Spieler. Ja. Rüber. Geh in Deckung, geh in Deckung ein bisschen. Geh in Deckung. Geh in Deckung. Ich bin hinten am Baum. Das ist schlimm. Hat ein paar Hits. Ja, der stöhnt auch. Verliegt er endlich? Mein Gott, hat der Bier gefressen. Alter, Mann, Alter. Ne, Spieler, oder? Ich glaube auch. Ne, der läuft so. Ich bin Skiff, aber so fluschen. Ja, Skiff. Ich bin zwei Skiffs schon hier. Alter. Die treffen, ne? Schon am Schwarz. Einer down. Hast du den anderen down? Ja, ja. Ich loote den einen, ich loote den anderen. Da hab ich den Headshot verpasst. Ich den anderen auch hier. Pass auf, hier spawnen immer mehrere. Mhm. Also langsam geht mir meine Muni alle, ey. Ja. Ne, wir gehen nur Loot Island da und dann... ...hangen wir ab. Ich will einfach mal mit Loot rausgehen. War doch Spieler da. So. Lass dir draufballern. Hast du den? Ja. Alter, der hat mir richtig zugesetzt. Ich dachte erst du wärst das. Ne. Ey, drei Sachen schwarz, ey. Na dann lass uns gleich raus hier, ne? Ja. Da müssen wir erst mal hinkommen. Dann lass uns zum Ausgang, ja? Sparen wir uns Loot Island. Nö, 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 nö. So, so, so wetten wir nicht. Nicht? Willst du nicht lieber mal heil rauskommen? Oh, da ist einer. Wo? Oh, wie kann ich das... Ne, kann ich nicht. Oh, ich seh ihn. Der ist ein Spieler auf jeden Fall. Aber hier in der Hütte sind auch noch mal welche. Da müsste tot sein, glaub ich. Bist du sicher? Na sicher nicht, aber... Auf der Entfernung musst du schon, äh... Ich hab jedenfalls ja übelstes Zielfernrohr an meiner Knache. Ach so. Hast du das denn eingestellt auf 100, 200 Meter oder so? Nö. Ja, das musst du machen, oder? Du musst höher zielen. Weil die Kugeln haben hier ein ganz schön... Die fallen ganz schön schnell runter. Okay. Ja. Dann lass uns weiter, ich will da nicht hin, weil da ist... Da hast du auch ein anderer geballert. Kommst du? Ja. Da hinten steht der doch. Bist du? Ja, an der Tankstelle schon wieder. Ach so. Oh nein, ey. Oho, nicht mich töten, bitte. Von wo schießt der? Der ist schon tot an der Tankstelle bei mir. Das ist aber ein Skips gewesen, nur. Du müsstest auch bei einem Leuchten sind definitiv Spieler gewesen. Oh, ein paar Buckschlüssel. Schufe. Ich komme. Er springt ja mal über diesen verfickten Zaun, alter dieser Assi. Hier. Ne, da hinten kannst du nicht drüber springen. Du musst dann da rum rumlaufen. Der ist einfach zu hoch. Ist komisch, aber ist so. Ey, der ist genauso hoch wie die Planker. Ja, was soll ich denn sein. So ein Scheiss. Ey, das kann doch das Leben kosten. Ja, das musst du halt wissen. Ich weiß sowas halt schon. Weiter rechts musst du. Du hast es gefunden, ne? Ja. Eigentlich brauche ich auch nicht. Ich habe eigentlich ganz guten Loot. Wir könnten aber auch verloot... Das könnte gefährlich werden. Ey, komm, scheiss drauf. Ey, lass uns ja raus. So kurz am Ende. Gucken wir mal hier unten in die Kiste. Na ja, bisschen Munition. Du hast einen umgelietet. Nein, ich wurde umgelietet. Pass auf, da hinten sind welche. Richtung Tunnel. Scheiße. Was häng ich denn hier? Scheiße. Oh. Alter. Da haben wir eine geklärt. Ich glaube der ist oben auf dem Tunnel drauf. Ja. Irgendwie schräg. Ja. Was. Mist. Muss das jetzt passieren, dieser Idiot? Ja. Ja. Das ist das erste Mal, dass da oben einer pinnt. Dass ich da ihn gesehen habe. ist. Das kann doch nie mal sein. Ja. Hast du ihn gesehen, wo der ist? Ne, ich renne weg. Ich renne erstmal zurück in den Wald. Also es kann sein, dass der, ich weiß nicht, aber es kann sein, da ist so ein Punkt, wo der Tunnel ist, weiß der an einer Straße. Ja. Und davon, wenn er da drauf guckt, ich sag mal so 1 Uhr, 2 Uhr, da ist so eine Erhöhung, da ist ja ein Felsen, Berge sind da und da sitzt einer, da kann man drauf. Achso. Ja. Ja, da sitzt der. Mein Scherz. Was ist? Am Tisch habe ich geraschelt. Ich stehe jetzt im Tunnel. Im Tunnel hast du eben noch so einen Felsen drüber. Genau. Und auf dem hat er gehockt, meinst du? Ja, stehe ich da drüber. Ich stehe jetzt am, ähm, wo bist du denn? Ich stehe direkt unter dem Felsen. Ja. Da drüber. Aber lauf du erstmal zum Tunnel, da kann der dich nicht abschießen. Hm. Hm. Vielleicht lootet der mich auch. Und ist rausgegangen. Keine Ahnung. Schade nur meine Klamotten, ey. Hm. Ja, nein. Warte, du warst doch versichert, oder? Ich meine den Loot, den ich mitgenommen habe. Also, äh, den ich gefunden habe. Oh, ich habe ihn gesehen. Oh, das war ein anderer. Oh, ich extrahiere. Geil. Drei, zwei, eins. Und. Und. Aus. Oh, 2900 XP. Oh, ich hatte auch die meiste Rüstung alles, ey. Das ist doch... Oh, die... Irgendich hat die Schrotflinte. Dieses Mal, wenn ich die Schrotflinte habe, entsterblich wäre. Ich brauch nur eine mitnehmen, ey.